Wir sind die Hochschule der Bayerischen Polizei. Bei uns studieren die Führungskräfte von morgen. Aber was bedeutet eigentlich Führung? Führung heißt Verantwortung übernehmen. Für sich und andere. Führung ist Kompetenz, fachlich und vor allem auch menschlich. Führung bedeutet aber auch Vertrauen. Vertrauen in das eigene Können und das des gesamten Teams. Eine gute Führung erfordert die nötige Empathie, die Aufrichtigkeit, die Selbstsicherheit, die Entscheidungsfreude und das Verantwortungsbewusstsein, um andere zu überzeugen und zu motivieren. In einer sich laufend verändernden Gesellschaft brauchen wir eine Polizei, die sich ständig an den neuen Herausforderungen orientiert. Deshalb legen wir als Hochschule an unseren drei Standorten Wert auf eine umfassende und fundierte Ausbildung. Immer am Puls der Zeit. Wir sind die Hochschule der Bayerischen Polizei.